Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde. Heute möchte ich euch die Geschichte erzählen von einem Börsenmakler und einem Trading Coach, der ein großartiger Typ ist und der ein großer Motivator ist für die Leute und für sein Publikum. Er selbst als Person ist eine sehr kraftvolle Person. Er stellt sich auf eine Bühne und zack, redet los. Etwas, etwas aber fehlte. Etwas, womit ich ihm sagte, schau mal, was willst du eigentlich mit deinen ganzen E-Mails, was willst du mit diesen Motivationsreden, die du da hältst, den Leuten geben? Was ist reduziert? Deine Botschaft, wie du den Leuten das Aktiengeschäft beibringst, das Tradinggeschäft beibringst. Reduzieren wir es auf eine Formel. Und er sagte, es gibt nur zwei Dinge, zwei Schritte, die du beachten musst. Der erste Schritt ist, was er mit den Leuten macht, ist, er will die Leute vor sich selbst bewahren. Also, das erste ist, du musst dich selbst schützen vor dir selbst und damit auch dein Kapital schützen. Denn dein größter Gegner bist du selbst. Das ist die erste Regel. Das will er mit den Leuten machen, damit die Leute emotionslos praktisch an die Börse gehen und sich nicht vor ihrem Habgier, vor ihren Emotionen, vor ihren Instinkten leiten lassen und mit Instinkten traden und Aktien kaufen und verkaufen und denken, sie wären größer als mit ihren Instinkten, mit ihrem Gier, wären sie größer und cleverer als die Börse und als der Markt. Das ist die erste Regel, die er den Leuten beibringen will. Und die zweite Regel, die er ihnen dann beibringen will, ist, wenn du es gelernt hast, deine Gefühle zu beherrschen, musst du jetzt den Markt beherrschen, indem du auf erprobte Strategien setzt. Was haben die großen Trader der Welt alle gemeinsam? Sie wissen, welche Strategien vernünftig funktionieren und sie setzen auf diese Strategien und du sollst sie erlernen und du sollst sie anwenden und du wirst erfolgreich. Nur diese zwei Schritte wollte er den Leuten beibringen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, gut, dann lehn dich zurück, entspann dich und erzähl mir deine Geschichte. Wie bist du selber dazu gekommen, dass du jetzt sagst, diese zwei Strategien sind sehr wertvoll. Diese zwei Strategien, auf die sollst du setzen und dann wirst du erfolgreich. Erzähl mir deine Geschichte. Und seine Geschichte ist so grandios und widerspiegelt auf so tolle Art und Weise genau das, was er propagiert. Und die will ich euch jetzt kurz erzählen. Dieser Coach, dieser Trading Coach, dieser Börsenmakler fängt an mit 16 Jahren, womit er mit Börse überhaupt nichts zu tun hat, fängt er mit 16 Jahren an, Handel zu betreiben. Die ersten Produkte, die er kauft und verkauft, sind Handys, um sich ein gutes Taschengeld zu erwirtschaften. Und er merkt ganz schnell, erstens, er hat ein richtig gutes Faible und Händchen für Handel und er merkt ganz schnell, er kann damit gut Geld verdienen. Also macht er weiter und weiter und weiter, bis er 18, 19 ist und seinen Führerschein hat und sein nächstes Produkt sind Autos. Er fängt an und ab jetzt handelt er, kauft und verkauft er Autos. Und er merkt, dass er damit viel mehr Geld machen kann und er hat einen großen Traum. Er will ein Lamborghini, ein Ferrari fahren und er will in ein paar Jahren Millionär sein. Er arbeitet wie ein Irrer an diesem Ziel. Und er baut eine große Firma, eine große Autohandelfirma auf und hat auf seinem Autohof 100, 150 Autos und er wird ein groß, ein erfolgreicher Autohändler und kann mit ca. 27, 28 Jahren seinen eigenen Lamborghini, seinen eigenen Ferrari bar bezahlen. Das Geld fließt bei ihm so. So, eine großartige Geschichte, aber dieser Erfolg hat eine Schattenseite. Und die Schattenseite sieht so aus. Er geht morgens früh in seine Firma, kann zwar viel Geld zählen, aber er kommt des Nachts aus dieser Firma wieder raus. Er hat überhaupt keine Zeit mehr. Er hat keine Zeit mehr für sich. Er wird immer dicker und dicker und dicker. Er hat keine Zeit für seine Frau oder Freundin. Er hat keine Zeit für Familie. Er hat keine Zeit für Freunde. Er hat kaum Zeit für seine Angestellten. Er leidet unter diesem, dass er keine Zeit hat für nichts mehr. Also er lebt nicht mehr, sondern er arbeitet nur. Er ist reich, aber er muss nur noch arbeiten. Dann sagt er mir auch noch, ich fragte ihn, wie ist denn das Gefühl gewesen, wenn du dein Ferrari oder dein Lamborghini gefahren bist? Er meinte, es war schön, es zu haben, es erfolgreich selber erwirtschaftet zu haben, es bezahlt zu haben, aber er meinte, ich fuhr damit und wenn ich irgendwo anhielt, war ich wie ein Affe in einem Käfig. Die Leute kamen und guckten mich an, sie bewunderten mein Auto, aber als würde ich gar nicht existieren, als würde ich nicht drin sitzen. Ein Opa mit seinem Kind, guck mal, ich zeig dir mal, guck, 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 dabei sitze ich in meinem Auto. Ich war wie ein Affe in einem Käfig, sagt er. Und ich hatte keine Zeit mehr zum Leben, sondern nur noch musste ich arbeiten. Eines Tages, sagt er, eines Sonntages lag ich auf der Couch vollkommen platt und schaute zum Fernsehen vollkommen betäubt und sah eine Sendung über Börsenmakler, über Trader, wie sie nur ein paar Bildschirme brauchen und Aktienbildschirme analysierten, kauften und verkauften und so Geld verdienten. Und keine Angestellten, kein gar nichts hatten, nur ein Computer und ein paar Bildschirme und sie waren reich. Und ich sagte, mein Gott, das ist die Lösung für mich. Ich will Börsenmakler werden. Ich will Trading lernen. So nahm er all das Geld, was er in seiner Firma hatte, nach und nach und nach und nach und steckte das in die Börse und kaufte und verkaufte und kaufte und verkaufte. Aber er konnte das Zeug nicht. Es war nicht sein Element, erstens. Und er ließ sich von seinen Gefühlen leiten. Er zockte, was das Zeug hielt, denn das Gefährliche war, er hatte Kapital. Er hatte über eine Million Euro. Und er nahm es immer wieder raus aus seinem Geschäft, nach und nach und nach und verzockte sich und verzockte sich und verzockte sich und verzockte sich weiter an der Börse. Bis er sein Geschäft vernachlässigte, vernachlässigte, verschäbelte, verkaufte und 100.000 Euro ins Minus rutschte. Von selbstgemachtem Millionär war er wieder ein selbstgemachter, fast Hartz-IV-Empfänger. Er hatte keine Kohle mehr, er hatte minus 100.000 Euro Schulden. Und eines passierte ihm an dieser Stelle, vielleicht sogar einige Schritte davor, er lernte einen Meister kennen, der ihm diese beiden Regeln beibrachte. Er brachte ihm bei, du darfst nicht zocken, du darfst, du musst dich selbst schützen vor dich selbst, vor deinen eigenen Emotionen. Und erst wenn du vollkommen beherrscht bist und nicht denkst, du und deine Instinkte sind größer als der Markt, als die Gesetze der Börse, erst dann darfst du dich an ein Bildchen setzen. Und zweitens, setze auf diese Strategien, die erprobt sind und die ich dir beibringe. Und als er das tat, kam dieser ambitionierter Mensch, dieser zielfokussierter Mensch wieder nach oben und schaffte sich damit wieder ein großes Vermögen. Nicht nur damit, sondern mit dem, dass er seine Geschichte, sein Können anderen beibrachte und ein Börsencoach würde. Schaut, liebe Freunde, was diese großartige Geschichte eigentlich aussagt. Sie sagt nichts anderes, als die beiden Botschaften, die dieser Coach präsent hat, als Geschenk hat für seine Coaches, für seine Kunden. Für die, denjenigen, den er beibringen will, so musst du an der Börse handeln. Also sage ich ihm, erzähl deine großartige Geschichte. In jedem Video, in jedem Seminar und so weiter und so fort und dann werden die Leute dir vertrauen. Die werden wissen, krass, von einem, der eine Million hatte und es verzockt hat, kann ich lernen, wie ich mich beschützen kann. Und von einem, der wieder vermögend worden ist an der Börse, kann ich lernen, was sind die Gesetze der Börse. So einfach und so spannend und so großartig kann man mit seiner eigenen Geschichte und mit Storytelling zeigen, was man für eine Botschaft, für Strategien, für Produkte und Dienstleistungen für sein Publikum hat. Das war die Geschichte, die ich euch erzählen wollte, liebe Freunde. Jetzt wisst ihr, ihr müsst anfangen, eure Geschichten zu erzählen. Und wenn ihr lernen wollt, wie ihr großartig Geschichten erzählen könnt, wisst ihr jetzt, bei wem ihr es machen könnt. Bei Ali Reza, dem Coach für Storytelling und dem Geschichtenerzähler. bei Ali Reza, dem Coach für Storytelling und dem Geschäftsle Show. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.